Hallo zusammen, ich habe hier auf dem Kanal ja schon öfters irgendwelche Kameras getestet und bekomme ständig irgendwelche Anfragen von irgendwelchen chinesischen Security-Kamera-Herstellern, die ich in der Regel dann eigentlich immer alle ablehne. Mich hat einfach mal interessiert, was macht denn der deutsche Markt so? Und dann habe ich Insta angeschrieben, habe mal gefragt, ob ich von denen mal eine Kamera testen darf und die haben dann direkt gesagt, ja klar, schicken wir dir zu. Und hier ist das gute Stück. Das ist eine Insta IN9408 2K+. Was die kann, das schauen wir uns jetzt heute mal an. Zunächst mal so ein paar kleine Worte zum Lieferumfang. Im Lieferumfang ist enthalten die Kamera, eine WLAN-Antenne, ein Netzwerkabel, Strom mit dem passenden Verlängerungskabel, Anschlusskabel, wie auch immer man es nennen mag, Wandhalterung, Raumzieher, Raum, noch mehr Schrauben und so Schlauchdichtungen oder Anschlussdichtungen für die Verschraubung hier hinten an der Kamera. Hier oben kommt die WLAN-Antenne hin, hier kommt das Kabel rein. Und was ich richtig cool fand, und das war bei den anderen Kamera-Höschlern, die ich bisher so getestet habe, nicht der Fall. Hier ist eine SD-Karte gleich mit dabei. 32 GB. Das finde ich eine feine Sache. Die ist nicht krass teuer, aber man muss sie sich sonst halt immer extra besorgen. Was bei der Kamera hier schon mal auffällt, der Bewegungsmelder, also der PIR-Bewegungsmelder, der befindet sich hier unten, ist extra dran geschraubt. Und das Gehäuse ist sehr, sehr wertig aus Metall. Und wir können hier die Sonnenblende verstellen und nach vorne und hinten schieben. Die sorgt dann quasi für einen kleinen Wetterschutz und dass eben seitliches Licht nicht zu irgendwelchen unerwünschten Reflektionen führt. Außerdem haben wir hier ringsherum Infrarot-Leuchten. Und auch eine totale Besonderheit habe ich bei so einer Kamera noch nie in der Form gesehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, möchte ich jetzt an der Stelle eigentlich nicht werten. Das ist vielleicht auch Geschmackssache. Oder wenn man an die SD-Karte möchte, beziehungsweise die Kamera anschließen möchte, dann muss man hier hinten einfach vier Schrauben öffnen. Also das ist die WLAN-Variante. Und es gibt eine PoE-Variante, also Power over Ethernet, die ich einfach mit einem Netzwerkkabel verbinde und dann bekommt sie ihren Strom über die Netzwerkschnittstelle. Hier hinten sieht es dann so aus. Hier ist die SD-Karte und da innen drin befindet sich dann nochmal eine Netzwerkschnittstelle, weil ich könnte sie auch über LAN anschließen. Und je nachdem, ob ich jetzt eben nur die Kamera habe oder da noch irgendwie ein Audiogerät anschließe oder auch noch ein Netzwerkkabel anschließe und sie nicht über WLAN benutze, habe ich jetzt halt hier verschiedene Dichtungen, die ich dann einfach um mein Kabel rummache, dann wieder die Stöpsel rein und dann geht es auch schon los. Ich kann jetzt einfach hier hinten die Schraube ein bisschen lösen oder beziehungsweise aufmachen und dann führe ich mir eben das Kabel mit der richtigen Dichtung schon mal durch die Verschraubung. Dann hier hinten einmal durch, kann ich das ganze Modul hier ein bisschen rausziehen, den Strom einstecken, das wieder reinschieben, verschrauben, hier schrauben wir es auch fest und dann werden die Schrauben hier angezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Knopf noch drücken muss. Ich habe ehrlich gesagt die Bedingungssaltern jetzt nicht so genau studiert, deswegen stecken wir sie jetzt erstmal ein und gucken, was passiert. Hier vorne leuchten übrigens schon mal die Lichter auf. Ja, dann wird die jetzt schon an sein, dann schraube ich die restlichen Schrauben rein. So, und das war jetzt schon der erste Fehler, denn ich habe die Halterung vergessen. Hier muss das Kabel natürlich auch durch, also nochmal auf den ganzen Lachs. So, bevor ich das jetzt hier weiter montiere, richte ich es erstmal ein. Hier noch der kleine Hinweis, wie das hier funktioniert. Also hier haben wir so ein Ballhead, um die Kamera quasi überall zu positionieren und dann gibt es hier so kleine Schrauben, die dann einfach festgezogen werden, um die Kamera dann sicher an ihrer Position zu halten. Und dann hält das hier ziemlich fest und sicher. Hier vorne haben wir jetzt schon polizeimäßiges Blinken am Start. Das heißt bestimmt, let's go, wir können einrichten, behaupte ich jetzt mal. Ich öffne einfach mal die Insta-App. Hier gibt es schon einen Punkt Kamera hinzufügen und hier noch der Hinweis. Insta, wie gesagt, ist ein deutscher Hersteller. Die Kamera ist komplett ohne Cloud-Zwang, also ihr könnt die auch ohne Cloud benutzen. Ihr könnt die auch einfach nur in eurem lokalen Netzwerk ohne Internet, was weiß ich was, verwenden. Und wenn ihr eben die Cloud-Funktionen verwendet, dann liegen die Sachen auf deutschen Servern. Ist auch nicht schlecht. Also der Hersteller sagt auch, dass er einen hohen Anspruch im Datenschutz hat. Ja, das macht das Ganze natürlich sehr sympathisch. Wir machen einfach mal die Ersteinrichtung. Und jetzt muss ich quasi den QR-Code auf der Kamera einscannen. Dann wird die Kamera gleich richtig erkannt und jetzt steht da WPS oder Netzwerk-Kabel. Das ist jetzt blöd, weil, wie ihr ja vielleicht wisst, verwende ich eben die Unify, diese hier, Access Points. Und da gibt es kein WPS. WPS kommt so ein bisschen aus der Consumer-Welt und jo, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das war jetzt nicht so erfolgreich, nicht so schlimm, heißt aber Kamera wieder öffnen. Also die Kamera ist mit einem Netzwerk-Kabel verbunden. Jetzt öffnen wir wieder die App, sagen Kamera hinzufügen, Kamera hinzufügen. Gännen das ganze Ding nochmal ein und lassen sie mal suchen. Hier hat er mir nichts gefunden. Dann sage ich mal Kamera hinzufügen, neue IP-Kamera. Gännen wir sie nochmal ein. Vielleicht wird es ja so gefunden. Also die App hat die Kamera jetzt nicht gefunden, aber ich habe schon über meinen Router gesehen, dass die eben hier ist und dass die eine IP bekommen hat. Dazu müsst ihr euch einfach nur in eurem Router einloggen. Dann eben bei den Netzwerk-Geräten schauen. Bei mir hat die eben die 116 bekommen. Jetzt fragt er mich nach Benutzernamen und Kennwort. Und das ist Benutzername Admin, Kennwort Insta. Und dann machen wir mal weiter. Hier hat er auch gleich erkannt, was das für eine ist. Und da sind wir schon. Das sieht doch schon mal gut aus. Jo, was passiert bei Test? Oh, bei Test habe ich sogar schon ein erstes Bild, das noch irgendwie komisch aussieht. Aber wir machen mal sicher. Achso, ich habe ja die Kamera das Modul hinten ein bisschen rausgezogen, um das Netzwerk-Kabel dran zu kriegen. So, in der App gibt es hier unten den Punkt mehr Einstellungen. Da ist meine Kamera und das kann ich hier sagen WLAN-Einrichtung. Schraubt die Antenne dran. Ja, Antenne ist dran. Jetzt sucht er die WLAN-Netzwerke und die Kamera kann 2,4 und 5 GHz. Das ist schon mal gut. Ich nehme einfach mal 2,4, das ist die Reichweite ein bisschen weiter. Da hat er für die Geschwindigkeit langsamer. Und bei 5 GHz ist die Geschwindigkeit höher, aber die Reichweite nicht so weit. Dann gebe ich noch das WLAN-Kennwort ein und speichern wir mal. Einstellungen wurden gespeichert. Netzwerk-Kabel drin. Also, Netzwerk-Kabel ist draußen. Keine Ahnung, ob die Kamera jetzt noch erreichbar ist. Das werden wir gleich erfahren. Knock-Connection. Die hätte es ja theoretisch auch eine andere IP bekommen. Von daher würde es mich auch wundern, wenn die jetzt direkt so erreichbar ist. Ich habe gerade noch mal nach der IP geschaut. So, ich mache jetzt einfach mal in groß weiter und öffne mir die Kamera im Browser. So, hier sind wir. Und ich gebe wieder Admin und Insta ein. Willkommen beim Insta-Einrichtungsassistent. Ja, jetzt kann ich hier noch ein Kennwort festlegen. Jetzt kann ich eine feste IP-Adresse vergeben. Das ist auch gut. Dann erreiche ich die Kamera eben immer unter der gleichen IP. Und dann nehme ich auch die 191, die ist gar nicht schlecht. Jetzt möchte ich noch einen Kameranamen. Und ob ich den einblenden möchte? Nee, den möchte ich nicht und Zeitstempel mag ich eigentlich auch nicht. Und natürlich wollen wir Dark Mode. So, hier kann ich jetzt noch festlegen, ob ich die Cloud verwenden möchte oder ob ich einfach nur die Kamera lokal verwenden mag. Wenn ich die Cloud verwende, muss ich eben bei Insta mir einen Account anlegen. Und dann kann ich mir da einen Speicherplatz buchen und die Bilder oder Videos dann eben in der Insta-Cloud ablegen. Und habe dann von überall aus Zugriff, ohne dass ich irgendwie ein VPN oder sowas brauche. Also gebe ich hier einfach meine Insta-Zugungsdaten ein. Muss die Kamera noch benennen, dann wird die hier verbunden. Und kann dann hier noch Alarme festlegen. Das lasse ich jetzt aber mal weg und sage bestätigen. Und jetzt kann ich in der App über diesen Barcode die Kamera hinzufügen. Also mache ich wieder die App auf. In dem Fall hätte ich mir eben den Weg von vorhin sparen können, dass ich die Kamera zur ersten App hinzugefügt habe. Weil so ist quasi der einfachere Weg. So, dann sagen wir noch bestätigen. Jetzt kann ich hier noch gewisse Alarme definieren. Und ob die dann auf der SD-Karte, ob der PIR, Bewegungssensor aktiviert werden soll. Und dann könnte ich noch eine Push-Benachrichtigung festlegen. Dass dann eben ein kleiner Hinweis kommt, wenn sich jemand bewegt. Und das war es dann auch schon. So, jetzt haben wir hier die Kamera. Und hier oben links finde ich dann eben die Einstellungen. So, jetzt war gerade kurz der Kamera-Akku leer. Wir schauen uns mal die Einstellungen an. Und zwar hier oben. Netzwerk, klar kann ich eben einstellen. Die IP, kann SSL-Zertifikate hinterlegen. Habe hier die Möglichkeit einen Fernzugriff über Dyn-DNS zu machen. Das ist schon mal echt eine coole Option. Und bei Multimedia kann ich eben hier dann noch Einstellungen machen. Ich habe ja den Audio-Auskunden an der Kamera. Den kann ich mir hier einstellen. Und bei Video kann ich die Qualität einstellen. Je besser die Qualität, umso mehr Speicherplatz brauche ich natürlich. Bei Bild-Overlays kann ich jetzt eben noch einschalten, dass halt der Kameraname und die Uhrzeit eben mit eingeblendet werden soll. Das möchte ich aber nicht. Also lass mal das draußen. Alarme kann ich dann hier noch festlegen, wie die Schwellenwerte sind, ob eine Objekterkennung erfolgen soll, ob Personen den Alarm auslösen oder Fahrzeuge oder Tiere. Und dann kann ich die Alarmaktion machen, eben dass zum Beispiel ein Video auf SD-Karte gespeichert wird oder auf FTP oder was auch immer. Und cool ist eben auch, dass FTP per SFTP geht. Das können traurigerweise noch nicht alle Kameras. Dann kann ich jetzt eben hier noch Bereiche festlegen, dass eben nur dieser Bereich hier erfasst werden soll mit deren Dessentivität oder wie auch immer. Dann kann ich Zeitpläne hinterlegen, wann die Kamera aktiv sein soll. Denn wenn ich es jetzt so über Objektüberwachung mache, dann möchte ich es ja vielleicht nur nachts überwachen und tagsüber ist es mir egal, wenn sich jemand bewegt. Und bei Push kann ich dann eben noch sagen, nur zu dem Push-Dienst und dass in der App eben dann die Meldung kommt, hier hat sich jemand bewegt. Aufgaben ist auch ganz cool. Da kann man so einen Timelapse zum Beispiel machen, kann dann einstellen, dass eine Fotoserie auf SD-Karte oder auf einen FTP-Server geladen werden soll. Und das eben dann nur zu diesen und diesen Uhrzeiten. Also finde ich auch eine sehr nice Funktion. Das gleiche geht natürlich bei Videoaufnahmen. Und dann kann ich hier noch die Sprache, Firmware-Update und solche Sachen machen. Hier bei der Cloud kann ich eben dann halt einstellen, dass die Kamera eben in der Cloud erscheint. Und dass die Daten dann eben auch in der Cloud abgelegt werden können. Bei Smart Home, das ist auch ganz cool, hat die Kamera eben ganz viele Möglichkeiten. Dass dann zum Beispiel die Kamera in Alexa, Google Home, HomeKit, EFTTT oder MQTT dargestellt werden kann. Und das ist vor allem halt für die Leute interessant, die dann eben solche Dinge wie Home Assistant oder sowas benutzen. Hier bei Insta gibt es dann eben noch irgendwelche Anleitungen, den YouTube-Kanal und solche Sachen. Mich interessiert dann auch immer noch, wie die Nachtsicht ist. Und hier werden dann automatisch die Infrarot-Beleuchtung angeschaltet. Und ich switche mal nochmal zur Hauptkamera. Jetzt sieht man hier drin, es ist wirklich stockdunkel. Ich habe die Kamerainstellung nicht verändert. Und ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes und auch scharfes Bild. Es gibt eine kleine Verzögerung, deswegen sieht es total komisch aus, weil meine Lippenbewegung eben nicht ganz zur Kamera passt. Und man sieht an der Kamera vorne, ich halte es mal in die Kamera, die Infrarot-Lichter und die LEDs einmal für WLAN und einmal, dass sie eben betriebsbereit ist. Die kann man übrigens auch ausschalten. Da mache ich mal wieder das Licht an. So, ich habe jetzt die App auf und habe bei mir das WLAN ausgeschalten, also über mobile Daten jetzt auch Zugriff auf die Kamera. Das ist eine sehr, sehr wichtige und feine Sache, weil ich will ja von unterwegs aus sehen können, ob jemand sich bei mir irgendwo befindet und dann eben auch reagieren können. Kommen wir zum Fazit. Wenn die erste Hürde mal geschafft ist und alles angeschlossen und verbunden ist und man sich vielleicht vorher Gedanken macht, welche Kabel wann wo durch müssen, damit man die Kamera in Betrieb nehmen kann, dann ist das echt eine richtig coole Kamera. Vor allem gefällt mir die Benutzeroberfläche sehr gut. Die ist sehr aufgeräumt, der Funktionsumfang ist richtig gut. Mir gefällt auch, dass man sie als Zeitraffer-Kamera nehmen kann. Genau, das Gehäuse sehr, sehr wertig und das Ganze in Verbindung mit einem deutschen Support und eben einer Cloud, wo die Daten dann nicht irgendwo auf irgendwelchen chinesischen Servern oder so liegen, ist eine spannende Sache. Vielen Dank an Insta, dass ich diese Kamera testen durfte. Hat mich wirklich sehr gefreut und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du schaust beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, tschüss.